Bei dir, ja? Bossweid! Hä? Ich hab'n Bossweid. Kev, ich hab's ausprobiert. Hast du auch Shrek? Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist die Doppel ZD und willkommen zu einer neuen Folge des Lucky Block Battles. Mit dabei sind drei Leute, rennt raus aus mir. Ja, ja, ui, ja, ja. Da ist der Kev, da ist der Diener und da ist die Sturmwaffel. Wo läuft die Sturmwaffel hin? Ich soll rauslaufen. Die ist mal wieder weg, Leute. Und wir spielen heute mit den Emerald Lucky Blocken. Und ich muss sagen, nach der Niederlagenserie, also zwei... Alter, wir da beide im Schnee nebeneinander zu dritt ankamen, sah's schon halbwegs geil aus. Oh yeah. Kamen beide zu dritt an, ja. Ja, sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, Leute, wie's heute wird, denn es lief ja die letzten drei Male besonders gut für mich. Aber ich weiß nicht, so ne Glücksschwähne kann auch immer zu Ende sein. Und der Isi, der ist schon wieder hier am Löcke aufmachen. Ihr macht mir zu viel Mist, Leute. Jetzt geht los. Tschüss. Oh! Ach wisst ihr was? Weswegen die Runden so lange sind? Hä? Einmal ist es auf 10 Minuten und nicht auf 8. Achso, und wir wundern uns jetzt. Hä? Warum das? Dann habt ihr vier Runden XXL gehabt. Das wird aber die letzte XXL, wenn wir sein. Oder was? Leute, das wird die letzte XXL, Alter. Was sind das für ein Runden XXL? Ja, ja, ja. Machen wir. Für heute, ja. Ähm, bei mir brennt alles ab. Sorry. Oh, Mann. Bei mir sind so Kürbisköpfe. Kürbis. Du kannst Kürbis. So verlootend sind da. Die sind voll böse. Hast du gehört? Das ist alles abgebereit. Ich komm nicht mehr weg. Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich weiß nicht, was ihr hier alle macht. Ich hab auf jeden Fall einen Magma-Cream drauf. Hey, mein Bogen sieht voll cool aus. Er ist fresh. Er ist grün. Ja, hier. Lucky Blöcki sind das. Hier, hol sie dir. Was ist das denn? Ne, der kann gar nicht. Wenn es wie gesagt ein Feuer ist, slash fire und euer Problem ist gewusst. Nein, wie dumm das war. Nein. So. So. Och nee. Und jetzt Seba. Was ist das denn? Ich glaub das war's schon. Alter, diese Dinger. Was hast du alle Blöcke schon benutzt? Niemals. Alter, was ist leck hier? Ne, bei mir lief Mucke und dann kam nix. Kann man einer slash fire machen bitte? Ja. Oh Gott. Grad nicht. Boah ey, diese blöden Köpfe. Ich kann mir nix machen. Geiler Meinung. Habt ihr geile Sachen? Hört sich danach gut an. Och nicht Kev, schon wieder. Junge. Junge, Junge, Junge. Nicht vier Runden hintereinander. Es wird jetzt schon wieder sexy hier. Kev, du kannst doch nicht immer alles gewinnen. Kann man hier mal einen Tag machen? Es wäre mir irgendwie ein Fest. Ein innerliches Blöcken. Ich mach mal selber alles hier, weil alle sagen... Innerliches. Ja, slash Feuer. Damit es denen ja Feuer gibt. Was war das hier? Also ich hab meinen Eisenblock mit einem Gold-Mitzacke kaputt. Alter, das sind ja ganz viele Kühe. Kann das sein? Das war dumm. Da ist Shrek drauf. Alles klar. Das ist Shrek auf meinem Schwert. Los! Gib mir was, was Geilo ist. Hä? Ein Coin? What the fuck? Was passiert hier? Das ist ein Pfeil-Spawner. Das kann doch nicht sein, was hinten da ist für kleine Scheißdinger, die man nicht angreifen kann. Ja, ich hab auch so einen Arnie, Alter. Ich hab Geilo-Sachen! Also ich hab nicht so Geilo-Sachen. Ich freu mich einfach nur. Japp wieder. Ach komm. Loi. Hä, habt ihr auch Emerald-Äpfel? Sind die Geilo? Ich weiß es nicht. Hört sich aber Geilo an, ne? Müsst ihr ja schon zugeben. Hier, du Scheißding. Ach, diese Blöden! Kev, Kev, bitte, wenn du schon so geile Sachen hast, ne? Dann bitte, bitte lass mir das, bitte. Guck mal, ich hab nur dieses schöne Shrek-Schwirt. Siehst du, Shrek? Okay, bitte lass mich einmal in Ruhe. Ich würd's mir echt wünschen. Hey, du hast das letzte Mal doch Eisen gegeben. Für diese Frechheit töd ich dich, Alter. Hä? Ich hab dir das letzte Mal Eisen gegeben. Ja, ich weiß. Aber trotzdem muss ich es einfach mal kurz in Ruhe lassen. Streitet euch nicht. Aber guck mal, wie fies der ist, ne? Er sagt immer sowas. Alter, ich bin einfach nur mega abgefuckt von diesen scheiß Kürbissen. Die sind ultra stark und man kann nichts machen gegen die. Die sind echt einfach nur übertrieben. Streitet euch nicht. Nichts. Ich weiß, ihr könnt's schaffen. Ist lag, kann das sein? Streitet euch nicht. Ach, deswegen, ich krieg fünf Lucky Blöcken nix mehr. Ich hab auch nichts. Ach so, es leckt. Ich mach mal ganz kurz slash lag und lag zwei. Das ist ja lag würdig. Ach, Feuer. Vorsicht. Kann man das Manga oder nicht? Ja, jetzt irgendwas komisches passiert. Jetzt ist wieder alles, ich hab alles weggemacht. Alles Itzy. Cool, ja, danke Schmanker. Alles Itzy. So, war hier, gab ein Problem. Oh, ne kleine Flower. Ich sag ja mal Flower Power. So, zack. Wir konzentrieren uns. Alles mal weg, was uns nicht. Kev, hast du eigentlich gesehen, was du mir überlassen hast? Ja, das sind ja Emerald Blöcke, Dia Blöcke. Ah, dankeschön, ja. Ich weiß ja. Den gehört auch dir, ganz ehrlich. Aber ich fand das trotzdem viel von dir, ne? Ja, es war auch nicht gegen, das war, du bist der falsche, äh, der falsche, äh, dafür gewesen. Aber ich weiß, ich hab ja nur an Leute wie Izzy gedacht, die mich immer nur töten und töten und töten. Finde ich sau übertrieben unfair und auch nicht in Ordnung. Das ist der Böse. Das ist der Böse. Hey, wieso denn jetzt alles auf mich? Ich hab doch gar nichts damit zu tun. Ich hab doch gar nichts damit zu tun. Ich hab ein Problem. Ich hab ein Problem. Wie, easy, das ist der Böse. Komm jetzt geh mal runter jetzt, fall doch mal! Only one use? Man, 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 man. Hey, wenn man so ne Glücksspitzhacke hat, ne? Bringt gar nichts, ne? Doch, du kannst dann mit nem Ohr abbauen und kriegst dann durch 1000 raus oder so. Was? 1000 Ohr? Ja. Habt ihr ein geiles Ohr? Habt ihr ein geiles Ohr? Habt ihr ein geiles Ohr? Ich find es mit 10 Minuten irgendwie. Wird mal raus, willst mal lutschen? Oder? Selbstmord! Wie findet ihr das, Jungs? Weil irgendwie Hab ich das Gefühl Wer von euch möchte denn auf seiner Insel Einen fetten Pechblock haben? Da schreit ja keiner Das verstehe ich jetzt nicht, was das ist Dann gebe ich dem Sturmi, oder? Änder mal jetzt Kausende von denen Sturmi, bist du gerade bei dir? Nee, irgendwie nicht so Seht ihr das? Irgendwas passiert hier gerade Was ist denn hier los? Ja, jetzt geht's, komisch Manchmal wird es zu dem anderen Emerald-Ding Manchmal nicht Leckt es? Nee Warum ist das so eine Scheiße? Was ist das hier alles so crazy? Bei mir ist Oh Gott, ich hab immer so kleine Lecks Zwischendurch hier auch Ich glaube, hier platziere ich Kommt hier alles Kev, ich probiere es jetzt mal aus bei dir, ja? Boss Fight! Ich hab ein Boss Fight Kev, ich hab's ausprobiert Hast du auch Schreck? Ist Schreck gut? Frozen Pizza hab ich Achtung, ein Unlucky Block, Kev Was macht ihr denn bloß? Das war's Hä, was isst du denn da? Was ist denn mit Carsten los? Junge Was ist denn mit Carsten los schon wieder? So, jetzt muss ich noch mal Oh Gott So, ich muss noch hier Hey Kev, auf welcher warst denn du jetzt? Ich blick hier gerade nicht mehr durch Ich bin auf meiner Insel eigentlich Was ist denn das hier? Ey, Izzy, warum töntest du mich? Warum hast du so eine kranke Waffe? Nee, das bringt nichts Ja, die ist wirklich krank Jawohl Mir war aber auch nicht leicht Warum tötest du mal? Ich hab gerade eben noch davon gesprochen Es ist nämlich grundlos Oh Und was passiert Du bist mir ja volle Möhre in den Weg gelaufen Alter, Sturmi hat ein richtiges Equip Beim zweiten Mal schon Nee, nee, ich hab kein Equip, Kev Beim ersten Mal wollte ich dein Zeug Ja, 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 wer hat sich denn grad so gefreut? Ja, das bekommst du aber denn nicht Was ist denn das hier? Oh lol Was ist denn das hier? Hey doch, du warst ja da gerade was am Abbauen Yay Sturmi hat auch so eine Monsterkanone Also, wir machen jetzt ab Oh, Monsterkanone Ach Sturmi, was hast du wieder für ein Gerät? Ich hab nix Ja klar, Rovic Mir ist aufgefallen Was ist das? Kann ich das eigentlich rein? Ich bin ein Spieler geworden Ja, also ich muss sagen Letztes Mal in der Zeit Er kennt ein fairer Spieler Und es wurde ihm gedankt Ja, er hat Dadurch auf jeden Fall auch gewonnen Hm, war nur Mist drin Was ist hier drin? Was ist hier drin? Was ist das? Hey, das weg, weg Ich muss mal hier alles weg tun, was Crap ist Irgendwie Ich hab auch keine Blöcke mehr Das ist das Problem Alles zu lang Machen wir das Jump Oh lol Ich bin hier auch klar Machen wir mal ein Jump and Run Machen wir mal ein Backup-Ding Hey, ich bin total verwirrt bei dieser Map hier Das ist irgendwie Voller Durcheinander manchmal Boah, Eingang zum Jump and Run verwert. Bei wem darf ich zum Jump and Run gehen? So, da ziehen wir an, den Rest behalten wir als Backup erstmal. Irgendwie war das jetzt nicht so geil. Also ich hab meinen schon komplett durchgemacht, Kev, also lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Die sind richtig billig, nach meinem Easy, ne? Das ist immer beschwert. Hab schon durchgemacht, klar. Töte mich schneller, töte mich schneller, scheiß Labber. Danke. Alter, ich muss jetzt hier erscheaten leider das Jump and Run, weil TNT hat mir die erste Insel vom Jump and Run weggesprengt. Wow! Hä, was war das? Alles gut. Hm, was ist denn jetzt besser? Oder ich versuche es von der anderen Seite. Was ist besser, Emerald oder Diamond? Fuck. Emerald. Emerald ist immer besser. Ich denke, das ist irgendwie einmal was Besonderes, was ich hab. Die hier. Was mach ich denn hier für ein komplikater Ding hier? Geilo, Alter. Schwierig. Ich hab ein paar Level. Ja. Hä, irgendjemand hat mich. Auch Shrek hat er, auch Shrek. Oh Gott, ey. Aber Keff hat auch ordentlich Scheiß, ey. Danke auch. Das wird unmöglich. Was? Was war denn da los, ey? Lassen Sie mich zufrieden, Senor. Ihr hättet mir fast meine Emeralds geklaut. Emeralds. Hallo! Hahaha. Ihr sind da nicht drin, du Arsch. Ja. Ich hab einen Block. Ich hab einen Block. Irgendjemand hat einen Block liegen lassen. Ja, aber irgendwas hab ich bekommen. Hä, was gibt denn jetzt mehr Schaden? Boss Fight! Nein! Ach du Scheiße, Alter. Ja, was passiert hier? Warte mal, Dina. Du musst mal grad mein Testobjekt. Ja, das ist ganz gut. Ich hör was hier. Alter, schau mal an, was hier los ist. Da läuft Mucke, ne? Ja, hier ist Bobs Mom. Und Keff kämpft. Oh, Keff, jetzt hör auf. Den will ich haben. Ja, ist okay. Dann kämpft wir. Ich will den haben. Ah! Ich muss den runter schlagen. Runterschlagen. 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 Runterschlagen, damit es keiner kriegt. Runter mit dir! Oh, das klingt nix, aber dann ist es wenigstens kaputt. Woher kommt diese scheiß Musik? Was hast du für eine scheiß Mucke hier? Ich hab gar keine Mucke. Ey, die Mucke ist voll geilo. Alter. Weg von der Mucke. Ey, Sturmi, ich hoffe, wir kommen in dein Team, Alter. Boah, das wäre echt ein bisschen fies, muss man sagen. Hast du Lapis? Sei fair, bitte. Nein, ich hab keinen Lapis. Ich hab wirklich keinen Lapis. Sei fair! Lapis wär schön. Hä? Das kann ich nur abbauen. Hi! Das willst du nicht schlagen, Alter. Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Lass dich sogar gehen. Ich will nicht nur schlagen, wenn du nicht schläfst. Was, Alter? Was ist das denn auch für eine Waffe? Ja, ich wollte eigentlich nicht rein. Also, ich wollte, also, ich mein, könnt ihr mich nicht einfach mal lassen? Ich mein, könnt ihr mich nicht einfach mal lassen? Also, ich muss jetzt mich erstmal konzentrieren, Leute. Ich setz mich jetzt hier mal hin. Das hässliche Mucke hier. Baby Shrek! Mhm. Was haben wir denn hier? Baby Shrek hier. Okay. Ja, okay. Ein bisschen Minecraft Musik. Okay. Emeralds. Oh, sieben Sekunden, es geht los. Was? Naja. Nein! Ja. Komm, Sturmi, Sturmi, da und drücken, bitte, bitte, bitte. Ich muss eigentlich mal gucken. Nein! Scheiße! Ey, ich falle, ich falle, ich falle. Okay. Ich falle auch, Eli. Okay, Smurf, wir sind da, wir bleiben hier. Warte, da, da, da hab ich dir Fairness gemacht. Ja, das hab ich auch schon, das hab ich auch schon. Was, 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 was? Ne Chest und Emeraldschwert? Ja, Emeraldschwert. Ich hab verzaubertes Emeraldschwert. Okay, shit. Ich hab noch Emeralds hier so, falls du noch was brauchst. Ich hab tausende Emeralds. Ich weiß es nicht. Ich hab normale goldene Äpfel. Brauchst du goldene Äpfel? Ja, gerne, gerne, gerne. Hier? Danke, danke, danke. Äh, brauchst du Enderperlen? Äh, nee, ich glaub, das bringt nix. Oder nicht so viel hier. Boah, das ist die alte Deathmatchmap. Okay, das ist gut. Warte. Boah, bist das gut? Weiß ich nicht. Kev kommt auf jeden Fall. Boah, neun Kopfhosen, neun Kopfhosen, neun Kopfhosen. Okay, ich guck. Kev macht mehr Damage als ich. Fuck, ich hab null besondere Sachen, Leute. Ich hab bisschen Emerald-Zeug, sonst hab ich nichts hier irgendwie. Hä? Was ist? Hat er? Ach, der hat ja das Kampel. Ja, der hat halt noch mehr drauf als ich. Okay, okay, okay. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich probiere mal Damage zu machen gegen Kev ein bisschen. Oh, ich krieg so viel Damage. Der kriegt keinen Schaden von mir. Der kriegt keinen Schaden von mir. Und ich bekomme Feuer und ich bekomme Vergiftung. Womit, Leute, habe ich das verdient? Womit, verdammt? Oh, nein, 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 nein. Verdammt. Womit hab ich das verdient, weißt du? Weiter, weiter. Mach weiter mit den Emeralds. Natürlich gehen sie auf mich rauf. Mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Natürlich gehen sie nur auf mich rauf. Ich werde jetzt direkt sterben. Ich werde direkt instant sterben jetzt. Ja, ich bin direkt taunt. Es ist unmöglich. Warum habe ich so ein Pech? Weißt du warum? Ich weiß es nicht. Warum habe ich so ein Pech verdient? Warum habe ich so ein Pech verdient? Du musst runter, Felix. Nein! Doch, du musst runter. Nein! Ich geh da nicht runter. Warte, nimm mein Schwert, nimm mein Schwert, nimm mein Schwert. Die sind eh zu stark. Das bringt eh nichts. Ja, das bringt ja auch nicht. Der 14 hat das hier. Egal. Weißt du, sie haben irgendwelche kranken... Ich hab noch zwei Lucky Blöcke. Ich hab immer irgendwelche kranken Tränke und ich hab nichts. Hast du einen Trank für mich? Pass auf, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie sind da. Arsch! Ich bin auch krank auf, Mann. Oh, was passiert? Ich hab leck. Schade. Zwei Schläge. Dass das so viel besser war von dem Ding, das ist echt... Warum habe ich nie einen Trank? Wann hatte ich bitte das letzte Mal einen kranken Trank? Wann? Wann hatte ich das letzte Mal einen kranken Trank? Das ist doch nicht wahr hier. Keine Chance, ey. Keine Chance. Null Chance hab ich. Keine verkackte Chance. Wir sollen mal hochkommen hier, ey. Yo. Hi, Leute. Bitte erzählt mir, wann hatte ich das letzte Mal einen kranken Trank oder irgendeine superkranke Waffe oder so, ey. Alter, diese Waffe von mir, die hat der Obels reingehammert, oder? Ja, das ist... Keine Chance, null gar nichts. 0,0. Keine Chance, keine verdammte Chance. Alter, das war... Aber ich hatte auch... Ihr müsst wissen, ich hatte einen Trank, der mir 300% Attack... Ja... Ja, logisch hattest du das alles, Kev. Will ich gar nicht wissen. Aber ich hatte auch... 4 Runden hintereinander, Kev. Hast du nur so OP-Scheiße? Alter, 4 Runden. Ja, und... Weißt du, ich werd einmal geschlagen, ich bin vergiftet, ich brenne, ich seh nix. Und macht mir noch zusätzlich ordentlich Schaden. Ich hab nichts irgendwie Vergleichbares gehabt. 0,0. Ich hatte einen Emerald Apple, der war cool. Ja, ich weiß gar nicht, was... Aber der... Der hat leider kein... Kein Resistence geblieben. Hätten aber noch viel extra Leben gemacht. Und den konnte man mit dem OP-Apfel dann noch zusammen... Keine Chance, ey. Ja genau, dann hab ich einen OP-Apfel gefriert. Keine Chance, ey. Ich weiß, ich hab sogar meine Sachen noch verzaubert, hab ich noch und so weiter. Schön brav, alles, was irgendwie in meiner Macht stehen, hab ich getan. Was passiert? Dreimal hintereinander verliere ich. Was ist das für ne Scheiße? Aber Leute... Obwohl ich zweimal mit Smurf spiele. Immer wenn Smurf nicht mit mir spiele, gewinnt... Ja. Ach guck mal, jetzt kriegst du aber nicht mehr so viel Damage. Jetzt hau ich nicht mehr rein ohne die Potion, ne? Ne, das stimmt. Bei mir auch gar nicht. Jetzt geht's echt, ne? So. Ja, jetzt geht's. Aber trotzdem, guck mal. Ich hau halt immer noch rein. Aber hau mich mal, meine Rüstung ist auch nicht so gut. Ist random Emerald halt einfach, ne? Meine Rüstung. Ja, ich hab auch nix wirklich. Ja, aber nicht Kev schlagen. Ja, hau mal hier. Das war... Das war doof. Das war... Ja, Leute. Mach keinen Schaden gegen Kev. Keinen Schaden mit meiner Waffe. Was ist das denn? Oh, aber ich krieg Weakness 2, wenn du mich schlägst, denen, ne? Kev? Wenn du mich schlägst, krieg ich Weakness 2. Das ist ja heftig. Ich mach gar keinen Schaden bei dir, weil ich Weakness 2 habe. Doch, 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 doch. Hättest du uns mal getroffen mit Weakness 2? Doch, doch, doch. Mach mal Schaden. Du machst Schaden. Ne, das bin ich hier, das bin ich, sorry. Der Kev liegt auch mit der Hand gerade. Aber ich hab Weakness 2, guck. Mach dir gar keins oder nur ein Herz Schaden. Du hast meine Spitzhacke. Mach mal mit der richtigen Waffe. Ja, ich hab dir doch meine gegeben. Ich hab keine mehr. Da, hier, mach mit der Waffe. Das ist die von Smurf. Mach mal jetzt Schaden. Ja. Ja, guck. Allein diese Effekte, Alter. Dass man direkt brennt und Vergiftung hat. Das ist doch nicht, das ist doch nicht mehr wahr. Was ist das? Ja, gehört halt auch mal ein bisschen Glück dazu. Ich würd sagen, Kev und ich so ein bisschen auf dem Weg kriegt durch Sturmbi. Mal ein bisschen Glück. Mal ein bisschen Glück. Ich hab nur Pech. Ich freu mich. Ich bin happy. Was soll ich dazu noch sagen? Und in 3 Tagen sehen wir uns wieder. Daumen nach oben, wenn's gefallen hat. Macht's gut. Liebe Götter, wenn's euch irgendwo gibt vom Lucky Block Battle. Was hab ich nur getan? Bitte, gebt mir irgendwie wieder ein bisschen Glück. Das würde mich echt sehr freuen. Neuer Zwischenstand. Dena bleibt bei 12. Ähm. Dann kommt danach Kev mit... Kev und Izzy. Beide. Jeweils 17. 17. Und Sturmbi auf 22. Und Sturmbi auf 22. Geilo, würd ich mal sagen. Es geht geilo ab, Leute. Nächste Folge wieder. Wollen wir mal irgendwann eine neue Staffel machen oder so? Als nochmal eine Chance haben. Müssen wir eigentlich mal machen. Okay. Das ist witzig. Müssen wir eigentlich mal machen. Ende. Bleibt geilo, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.